Mit Sponsor habe ich als Sportler den perfekten Mix gefunden. Für mich war das der Competition mit ein bisschen Salt-Tabs und ein bisschen Koffein-Tabletten. Wir haben es im Training getestet, bei den Long-Runs und auch bei den harten Workouts immer wieder die Flasche genommen. Vor allem mich als Sportler interessiert natürlich auch die Regenerationsphasen. Und gerade mit den Produkten von Sponsor konnte ich diese noch deutlich verbessern. Zum Beispiel heute habe ich auch ein gutes Workout gemacht. Da wusste ich ganz genau, ich brauche halt danach Proteine und das nehme ich noch bevor ich auslaufe. Habe jetzt den Amino 1200 500 genommen. Danach gehe ich erstmal auslaufen, dann nehme ich dann einen Riegel, dann nehme ich die High Energy Bar. Dann fahre ich nach Hause, trinke natürlich noch was, nehme eine Salztablette. Da geht es weiter im Tag, wenn man sich dann mal ausruht auf dem Sofa, dann ist auch immer wieder wichtig, dass man seinen Elektrolyte-Haushalt zusammenhält. Da schwöre ich eigentlich auf die Elektrolyte-Tabs. Das ist immer bei mir auch im Auto dabei, der kleine 10er-Pack. Und neuerdings gibt es auch das Produkt Relax & Recovery. Das hilft einem, den Schlaf noch intensiver wahrzunehmen. Also man ruht einfach besser aus. Das hat mich echt überrascht. Ich wusste mit der ganzen Strategie, das passt. Und da bin ich sehr, sehr dankbar, dass Sponsor mich auf dem Weg begleitet hat. Und ich deswegen auch den Europameistertitel nach Deutschland holen konnte. Ich danke dir. Ich danke dir. Ich danke dir. Untertitelung des ZDF, 2020